Wenn es in meinem Leben keine Dramatik und nichts Negatives gäbe, werden alle meine Lieder ziemlich schlecht und langweilig oder so. Gerade aus schlechten Dingen kann man viel Gutes hervorbringen. Manche Menschen träumen vom Erfolg, andere wachen auf und arbeiten hart dafür. Bist du im Moment jemand, der die Sachen anpackt, die ihn beschäftigen? Wenn du Feinde hast, dann bedeutet das, dass du dich für etwas eingesetzt hast. Setzt du dich für das ein, was dir wichtig ist? Versuch niemals, mich zu verurteilen. Du weißt nicht, was ich durchgemacht habe. Ist dir bewusst, dass jeder Mensch seine eigenen Stolpersteine im Leben hat? Liebe ist nur ein Wort, aber eines, dessen Inhalt du definierst. Wie definierst du das Wort Liebe? Bist du positiv genug, um immer auch etwas Gutes darin zu sehen? Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.